Oh, oh, oh. Stehen geblieben in Kankraslauer. Durchuskilliert gestürmt. Geht es, wie gerade gesagt, weiter mit Kankraslauer? Wird Frodo und Sam es schaffen? Oder werden sie eines qualvollen Todes sterben und in der Spinne ihr Leben weiterführen? Der Turm von Kirill Ungol bewacht die Straße nach Morgul. In den dunklen Stollen unter dem Pass lauert Kankra. Allein schon der Name. Kankra. Durch den Tunnel. Tückisch, Mensch, Schatz. Tückisch. Kirill Ungol kann zusätzliche Krieger stellen. Ui. Ich sollte euch Maden an Kankra verfüttern, dann wäre sie uns nützlicher. Fütere Kankra. Kommt, allen euch. Sie finden uns. Ja. Hä? U-Bus, weg da. Du verräterische Schlange, kommt zurück. Ihr Halblinge, vernichtet sie. Na gut. Orgrube, auf jeden Fall, weil die kostenlos sind. Isengube, auf jeden Fall. Sonst im Moment nix mehr, weil es so teuer ist. Macht euch Kampf bereit. Jetzt wird gekämpft. So, Kankra füttern müssen wir. Wo waren die Kankra nochmal? War die hier? Die war hier. Komm. Geht ihr mal, äh, vor, um euch fressen zu lassen. Das ist die Isengard-Grube, äh, die Isengard. Das ist die Urgrube, äh, kürzer, äh, kürzere Zeit braucht, um aufgebaut zu werden. Das ist komisch, aber okay. Ach, die kosten jetzt auch was, natürlich, ja. Kann es auch anders sein. Ah, das ist scheiße teuer alles. Okay, machen wir noch zwei von denen. Eins von denen. Eins, zwei, drei, vier von denen. Nochmal zwei von denen, komm. Wir werden sie ausradieren. Klar werdet ihr das. Naja, es sollt ihr erstmal ihr kleines Essen da... Ah! Geht doch. Das sind Feinde? Das sind echt Feinde? Wieso sind da Feinde? Wollte mich grad ver... Wieso sind da Feinde drin? Das kann ja gar nicht sein. Hallo? Voll Unreal. Unreal Tournament. Eine neue Horde Orks. Okay, der war scheiße. Ah, noch mehr schätze. Sehr gut. Macht euch bereit. Macht euch kampfbereit. Kommt da noch was? Ja gut, Orkse. Sind die so gut? Eine neue Horde Orks. Holen wir uns erst den Schatz, meine Lieben. Wie viel ist denn das? Oh, da kann man schon was anfangen damit. Zum Beispiel noch zwei von denen. Komm, das ist zu viel, glaub. Noch ein von denen. Freut euch nicht zu viel, ich sag's euch. Ohne Witz. Ich reiß euch in Stücke. Dauert aber voll lange. Eine Zeit gibt's hier keine zum Glück, ey. Sonst wär ein bisschen... Hätten wir ein bisschen das Problem, dass wir zu viel rumtrödeln. Weil ich bin immer so der, der... Ja, der so gerne, weißt du... So ein bisschen aufbaut. So ein bisschen guckt, wo er bleibt und so. Aber das kannst du ja meistens nicht so. Und zum Glück gibt's hier keine Zeit. Das ist ganz ehrlich, ey. So, kommt ihr Maden. Der Feind, der greift an! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Alle Männer auf ihre Posten! Na los, Männer! Greift die schon an! Müssen wir doch hinbekommen, oder? Die kommen auch immer mehr. Wann muss das nicht so schwer sein, oder? Ja, anscheinend schon, ey. Los jetzt! Ja, wir machen Feuerpfeiler, glaub' ich. Aber wir rücken erstmal vor jetzt. Das ist ganz klar. Ich find's auch ein bisschen dunkel hier gerade. Oh, sehr gut, das sind Schätze. Ich glaub' ich bei jetzt erstmal auf Rüstungskammer. Hä? So, wie viel kostet denn eine? Ach, das können wir uns schon... Oh, das ist ja... Na gut, das ist schon teuer, aber... Muss sein. Und da können wir noch Leute befreien, oder was? Ah, ich kann mir denken, wer da drunter ist. Diese, diese ganz starken da, diese einzelnen. Jawoll! Sehr gut. Oh, das sind noch mehr. Geil, ey. Die sind sehr gut. Ich hab's doch gesagt, dass die sehr gut sind. Mist. Mist. Wo ist mein Schatz? Dein Schatz? Bleib mal zusammen, alle. Kankra hat ne Menge Schätze angehäuft. Schmerz. Wir haben keine Freunde. Nein. Wir haben... Feinde. Gollum. Schmerz. Schwören es. Wir nehmen ihn die... Dem Herrn des Schatzes. Oh, yeah. Dem Herrn des Schatzes. Werden wir gehorsam... Es gibt keinen anderen Weg. Zur Seite stehen. Wir schaffen es. Weil, das ist einfach tückisch, mein Schatz. Es ist türkisch. Smergol würde keiner fliege, was tut. Kann man da hoch? Ja, nee, nee. Es ist... Nee, natürlich, Gollum. Oder Smergol. Du bist weg hier. Du tust keiner als Fliege, was... Das sind ja noch mehr. Wir hassen Sie. Ich hasse Sie auch. Ich weiß, vielleicht ein bisschen blöd, was ich hier gerade ausgebe. Aber ich bin eher der Typ, der... Ich brauche starke Einheiten. Ich kann nichts mit... Gibt es hier noch mehr? Ich kann hier nichts mit, äh... Low-Kriegern anfangen. Ich war schon immer der Typ, der immer auf hohes Level gesetzt hat. Weil mir die Amir einfach immer zu schade ist zum Opfern. Das ist einfach... Ist das Upgrade bald fertig, oder? So... Das Upgrade ist... Ihr habt einen Mann! So... Ihr bekommt tausend Schaden... Mehr? Äh, tausend Schaden mehr. Gott. Ich bekomme Feuerpfeile. Haben wir alles? Gut, gehen wir weiter. Und checken erstmal da ab. Das sind erstmal Feinder, die wir jetzt gerade mal ankommen. Wir brauchen mehr Schätze auf jeden Fall. Was ist denn die High Damage? Oh, die sind krass, ey. Okay. Okay. Geht erstmal auf die. Schneller. Kommt jetzt mal mit hier. Was ist denn da los? Stau, oder was? Nächstes haben wir schon ein paar Verluste. Oh, Gollum ist tot. Machen es nicht. Was? Was ist denn noch mehr? Gut. Ach, 200 Taken mehr. Gibt's hier noch irgendwas? Kann man da rauf jetzt? Ja, kann man. Aufwachen! Geht nochmal vorerst ein Stück weiter. Bewegung! Macht euch Karten bereit! Ja, guck mal, jetzt müssen sich alles hier... Oh, jetzt kommen die alle da hoch. Uh, da ist der Feind, da gibt's aber noch mehr Schätze. Und noch mehr Krieger. Oh Gott, oh Gott. Wir holen Gollum auf jeden Fall noch zurück. Gut. Gollum! Forschen wir noch was, oder was machen wir? 1.800... Ne, das ist zu teuer, ey. Macht euch Kampf bereit! Ich sag jetzt nicht, dass die Orks... Ah, man kann nur die Urukais ausrüsten. Okay. Ist auch geil eigentlich, dass man nur die kann. Machen wir erstmal mit dem und holen uns noch... zwei Bogenschützen. Auf jeden Fall. Sie greifen uns an! Was macht denn die denn? Komm, jetzt reichst es mir, ey. Weg mit denen. Neuer Ziel! Wir haben die Uruk. Ja! Die Uruk! Kommt, Männer. Nieder. Was ist denn hier los, ey? Stau, oder was? Sehr gut. Die Uruk und ihre Armbrüste sind bereit. Holen wir uns erstmal die Schätze da. Die gehen beide komische Wege. Ich sehe fast nichts. Oh, was ist denn jetzt wieder? Boah, müsst ihr mal auf die... Auf die Kleine, ey. Was ist denn jetzt, wo wir gesplittet sind, weißt du? Ist da noch einer? Alter, ist hier gar nichts. Ich krieg langsam Hunger. Wir greifen an. Bade. Hält sie. Lasst sie nicht entkommen. Macht eure Basen bereit. Yeah. Ups. Los, schaffen wir. Das ist immer noch tückisch, mein Schatz. Wir sind immer noch da. Da ist noch einer. Hilf dem mal. Ich weiß, was seht ihr immer so schnell. Ja, das stimmt. Aufwachen. Oh, und hier sind noch genügend Schätze. Nicht zurückfallen. Für eine richtige krasser Armee. Hahaha. Kämpfen wir. Hahaha. Kämpfen wir. Befreit die... Todeskriege aus ihren Gefangenschaften. Macht euch Kampfbereit. Ja, da gibt's noch mehr. Gehen wir mal mit denen da. Los. Aber ich glaub, da geht's aus der Höhle, ne? Achtung, Bogenschützen. Vorwärts, ihr lahmen Schnecken. Oh, mein Gott. Okay. Gehen wir mal mit dir was? Ähm. Auf eure Porten. Geht zunächst nur noch ein Bataillon. Gehreisen an! Zurück in von der Kacke. Müssen wir fast noch ein paar bauen. Oh, das geht gut. Wunderbar. Ich lebe die weiße Hand. Ich lebe die weiße Hand. Ich lebe da kein Uruk mehr. Ich bin glaub blind oder... Ich hab einfach keine mehr. Das kann's natürlich auch sein. Wir haben die Uruk-Grube veräußert. Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Vorwärts! Ja, hopp. Wir holen nochmal alles raus, was geht. Die Uruk-Grube und ihre Armbrüste sind bereit. Ja, so sieht's aus. Wir haben da echt nichts mehr übersehen, hoffentlich, ja? Weil ich kann hier grad nichts mehr erkennen. Falls ich einen übersehen hab, schreib's doch mal in den Kommentaren. Ich guck das dann an. Und staun über meine seltene Blindheit. Dann live oder, keine Ahnung, äh... Aber da ist nichts mehr, wie's aussieht. Wir kommen einfach nochmal neue. Eigentlich sind's auch stark, ey. Da müssen wir echt alle drauf... äh... Wummern. Ach, Gollum. Da ist auch nichts mehr. Er ist auch nicht mehr. Macht euch Kampf bereit. Ich hab's am Hunger. Uruks. A eure Kraften. Aufwachen. Ui. Zuhören. Aufwachen. Macht eure Waffen bereit. Es lebe die Weisheit. Es lebe die Weisheit. Sehr gut. So will ich das sehen. Und nicht anders. Anders, ey, du bist voll anders. Ach komm, ich hab keine Geduld. Wir greifen jetzt einfach an. Mit der Spinni. Sonst haben wir, glaube ich, keine Chance, oder? Die sind echt stark, ey, die da. Obwohl die Rang 1 sind nur. Nicht zum Verstecken. Du gewinnst. Rennen. Ah, Mist. Macht euch kampfbereit. Aus dem Weg. Weiter. Tja, findet die Halblinge. Ja, wo lang ist das, die Frage? Da oder? Warte mal. Da unten. Gehen wir einfach mal da lang. Vielleicht gibt's ja noch einen Schatz oder so. Lol. Oh ja, gibt's. Vielleicht gut. Alter, da ist doch noch einer. Oh, muss das sein? Hallo. Wie bescheuert. Bogen schützen. Aufwachen. Zerschmettert sie. Los. Gollum. Kostet eh nix, glaub. So, komm. Befreit ihn. Weg mit euch. Tja, Mann. Macht euch kampfbereit. Wir sind jetzt hier. Wir kommen an. Weit. Nicht zurückfallen. Macht euch kampfbereit. Hier überall noch so Krieger sind, ey. Ich geh mal mit dem da lang. Oh ja. Macht euch kampfbereit. Esst uns niemals. Macht eure Waffen bereit. Aufwachen. Urug. Macht eure Waffen bereit. Jetzt kriegt langsam Hunger. Macht euch kampfbereit. Wie alles ausgerüstet haben. Voll krass. Oh. Gut. Hätten wir das auch gelöst? Da sind sie. Die Urug und ihre Armwürste sind bereit. Nein. Urug. Da ist dann das Ziel, oder was? Alter, wir haben voll die Armee aufgebaut. Na ja, los. Wir haben alle. Die zwei wieder mal chillen. Oh, jetzt wird's aber. Oh ja, los geht's. Da ist auch noch ein Schatz. Alter. Angriff. Nieder mit denen. Wie viele auch, ne? Das ist krass. Oh, wir schätzen. Sie greifen uns an. Boah. So, da ist auch noch einer. Kommt der jetzt ja. Bringt mal hier. Oh, da gibt's ja noch mehr. Und was ist, geht da lang? Oh, Alter, es gibt so viele Wege hier. Und ich weiß nicht, wo das Ende jetzt ist. Tja, müssen wir rausfinden. Da ist das Ende, okay. Haben wir schon rausgefunden. Und ihr holt noch Schätze ab. Alter, komm mal mit hier. Ach, das war nur so... Oh, Alter, wie viel es... Ey, wie viel es ja auch gibt. Ich krieg langsam Hunger. Ich brauch so einen einzelnen... Mist. Ah. Bogenschützen. Nein, Mist. Da geht eh mal alle weg. Aukrachnen. Bewegung. Macht euch kampfbereit. Wir greifen an. Hoorheit. Ha. Krass ist das Ding. Geht er gut ab da. Ja. Es war hier doch noch einer, oder? Hinterm Stein. Da ist noch einer. Er bleibt halt da hinten, weißt? Ja. 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 Was geht mit dem ab? Hallo, befreit ihn doch mal. Ist der dumm? Und den Schatz. Ja. Können den Schiff rein. Der ist dumm. Oh. So, schafft er es jetzt, oder? Geht doch. Oh. Kämpfen. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Der Feind greift uns an. Lass sie fliegen. Ich wusste, wo geht... Hä? Alter. Macht eure Waffen bereit. Vorwärts. Hä? Scheiße, der ist ja... Der Sam ist ge... Oh fuck, der Sam ist geflohen. Verlieren wir jetzt? Warum nicht die ganzen Gegner her? Naja, Kanker weiß ja, wo er jetzt, der Hobbit ist. Seid wachsam. Wir kommen nach. Lasst sie nicht entkommen. Macht eure Waffen bereit. Wir werden angegriffen. Urux. Fält sie. Feuer ist ein. Hey, hallo. Ich krieg langsam Hunger. Ist das ja scheiße? Fält ihn. Fuck. Es lebe die weiße Hand. Kann man natürlich nichts zumachen, weißt du? Mehr Bolzen. Schnell. Der Feind, der Greifen. Worauf wartet ihr noch? Mist, ey. Vorwärts, ihr Lernschweck und ihre Armbrüste sind bereit. Wo will denn der jetzt hin? Wir haben auf euch gewarmte Trogenschützen. Wir geholfen an. Wart. Macht euch kampfbereit. Nee, ne? Die Mächte des Bösen sind für dich. Das kann nicht sein. Ist das dein Ernst? Alter, ich hab verloren. Was ist das für ein scheiß Map, Alter. Wenn der flieht, ist verloren. Ja, klar. Hä? Hä? Na gut, dann spiele ich nochmal bis dahin und dann sehen wir uns im Finale. Joa, bis dann. Mhm. Ja, Six.